der heutige portal tag lädt uns dazu ein unser bewusstsein zu öffnen und zu weiten für das was in unserer alten welt nicht sichtbar ist was uns aber ganz sicher in die neue welt führt und heute öffnet sich zur unterstützung das kosmische portal des gelben planetaren sterns und über dieses portal können wir uns ganz bewusst mit der galaktischen sternsaat des kosmos und auch der innererde verbinden zb in meditation oder ritualen und somit ist dieser portal tag der sternensaat gewidmet einerseits der sternsaat in uns selbst denn wir kommen ja auch alle von den stern und wir dürfen nun diese sternsaat in diese welt in die mutter erde pflanzen und damit erschaffen wir und manifestieren wir hier auf der erde eine materielle verbindung zum göttlichen und auch zu den stern geschwistern dieser tag lädt uns wirklich dazu ein unser bewusstsein zu öffnen und uns bewusst zu machen dass wir menschen und die wesen die auf der erde leben nicht die einzigen im ganzen kosmos sind sondern dass es uns überall gibt an vielen verschiedenen orten im kosmos und all unsere ahnen all die verschiedenen kulturen die haben davon berichtet und viele haben unsere stern geschwister für die götter gehalten aber sie sind einfach nur stern geschwistern die mit ihrer technologie etwas weiter sind und uns in der vergangenheit aber auch in der zukunft hier auf der erde besucht haben und besuchen werden und das sternreich ist natürlich nicht nur oben es ist auch unten in unserem eigenen gestern der mutter erde und die mutter erde hat im moment die besondere aufgabe licht menschen hervorzubringen die sich jetzt daran erinnern dass viele seelen von uns hierher gereist sind um der erde in der dunkelheit licht zu bringen und die nacht zu erhellen wie die sterne und wir dürfen jetzt großartig träumen denn die fantasie aktiviert den geist und damit auch die neue welt und dieser besondere sternportal tag der bringt auch eine symbolische zahl mit sich und zwar die zahl 8 im tarot steht die acht dafür dass eine frau also die weibliche kraft den wilden löwen bändigen kann und darum geht es jetzt auch dass wir den wilden löwen bändigen und zähmen und das können wir mit der weiblichen kraft mit der intuition und was mir die geistige welt immer wieder sagt ist dass die geistige welt uns jetzt braucht denn wir haben uns hier also unsere seele hat sich hier in der materie verkörpert um zu handeln um die veränderungen herbeizuführen und zwar in unserem eigenen leben dass wir eben nach der intuition leben und handeln und dafür sind wir hergekommen und die geistige welt sagt mir immer wieder dass sie es nicht machen kann weil sie sich hier nicht materialisiert haben aber wir haben uns materialisiert und wir sind geistige wesen die extra hierher gekommen sind sich hier materialisiert haben um im eigenen leben die handlung aus der intuition zu vollziehen portal tag der sternensaat öffnet deinem geist dem sternen reich und der fantasie denn aus unseren träumen wird die neue welt geboren um 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 Amen.